Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute geht es immer höher, schneller und weiter. Im Grunde genommen geht es ja um die Frage, hat unser Körper Leistungsgrenzen? Wozu sind unsere Knochen, unsere Muskeln und der Wille in der Lage? Oder gibt es irgendwo ein Limit? Wird es irgendwann einen Weltrekord geben, der ewig hält und niemals, wirklich niemals mehr geknackt wird, weil er nicht mehr geknackt werden kann? Haben wir den vielleicht schon in irgendeiner Sportart? Also, wozu ist die Maschine Mensch und das Material, aus dem wir gemacht sind, in der Lage? Das klassische Beispiel, ob es für den menschlichen Körper ein Limit gibt, ist, glaube ich, die Frage, wie schnell kann ein Mensch überhaupt laufen? Und da haben wir den 100-Meter-Lauf und natürlich Yusein Bord, den Supersprinter aus Jamaika. 1,95 groß, zu Hochzeiten 94 Kilo schwer. Die Höchstgeschwindigkeit von diesem Kerl beträgt knapp 45 Stundenkilometer zu Fuß. Seit 2009 steht sein Weltrekord von 9,58 Sekunden. Ist das so ein Weltrekord für die Ewigkeit? Wird niemals ein Mensch wieder so schnell laufen? Also, wenn wir mal die 100 Meter anschauen, Yusein Bord, seine 9,58, das ist ein Weltrekord, der geht so schnell nicht zu verbessern. Das heißt nicht, dass er nicht verbessert werden kann, aber so schnell ist das einfach nicht möglich. Da sind wir schon ganz schön am Limit. Da sind wir schon ganz schön am Limit. Der, der das sagt, das ist Professor Wilhelm Bloch von der Sporthochschule in Köln. Und der meint damit vor allem Sportarten, was das Limit betrifft, in denen es um rein körperliche Leistungsfähigkeit geht, nämlich Laufen und Springen. Bei anderen Sportarten ist das anders, sagt er, da wo Technik und Material eine große Rolle spielen, beispielsweise bei der Formel 1, beim Radfahren oder beim Stabhochsprung. Natürlich versucht man auch beim Laufen, beispielsweise mit Karbonsohlen, noch beim Sprint zu optimieren, aber der Effekt, der hält sich dann eher in Grenzen. Und jetzt ist aber die Frage, wie meint das Bloch? Da sind wir schon ganz schön am Limit. So was kann man doch nur sagen, wenn man weiß, wo das Limit liegt. Vor 100 Jahren wäre das beispielsweise wie Zaubern gewesen, wenn ein Mensch unter 10 Sekunden auf 100 Meter gelaufen wäre. Ja, da gibt es eine theoretische Berechnung, die liegen irgendwo bei 9,3, 9,4. Und der allen optimalen Voraussetzungen. Also wo man sagt, okay, das ist das Maximale, was im Prinzip in der Maschine Mensch drinsteckt. Dann sind die 9,58 schon sehr, sehr nah an dem Bereich dran. Wow, 9,3. Zum einen staune ich, dass es solche Berechnungen gibt. Und zum anderen frage ich mich, wie man sowas berechnen kann. Ja, man nimmt eine ganze Reihe von Variablen. Also im Prinzip Verhältnisbeinlänge, Oberkörperlänge, im Endeffekt Schwerpunkt und alles. Also da nimmt man im Prinzip die physiologischen, biologischen Parameter raus. Also Muskelfasertypen, die Zusammensetzung. Dann müssten Sie auch dann noch mit reinnehmen, was für einen Untergrund Sie haben. Wie im Endeffekt die Dämpfung auf der Bahn ist und so weiter. Dann müssten Sie auch mit reinnehmen, wie steif im Endeffekt die Achilleszene ist. Am Schluss des Tages rechnen Ihnen das Programm dann der Algorithmus aus, was da eigentlich theoretisch möglich sein sollte. Also bleiben wir bei den 9,58 Sekunden über 100 Meter von User in Bord. Stellvertretend für die Frage, ob es immer schneller, höher oder weiter geht. Was könnte man also machen? Oder was macht die Sportwissenschaft, um da überhaupt wieder mal ranzukommen an diese Zeit, an diese Marke? Oder vielleicht sogar noch mehr rauszukitzeln aus unseren Körpern? Beim Sprint beispielsweise kommen wir mit Technologie und Material eigentlich nicht weiter. Da müssen wir ran an das System Mensch. Ein System, das wir bis heute nicht komplett verstehen. Wir versuchen zu verstehen, welche Rädchen da zusammentrehen und dann zu überlegen, naja, wie kann man die Rädchen so optimal aufeinander abstimmen, dass am Schluss des Tages eine bessere Leistung herauskommt. Sondern wir haben ganz unterschiedliche Forschungsgebiete, die sich damit beschäftigen, ob das jetzt in der Biomechanik ist oder bei uns, dass wir letztendlich molekular, zellulär versuchen, bis auf das kleinste Detail herauszukriegen, wie die Zelle funktioniert und im Prinzip die Muskelphase funktioniert oder das Gefühlssystem oder die Energiebereitstellung funktioniert. Also ich finde das unglaublich, an welchen Rädchen die Sportwissenschaft da versucht zu drehen. Da wird die Genetik der Muskeln analysiert, die Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm, der Energieumsatz, der mentale Zustand des Sportlers, die Stressresistenz und sogar seine soziale Situation nimmt man unter die Lupe. Davon hängt dann ab, welche Art von Training wann gemacht wird, wie sich der Sportler ernährt, wie lang oder wie kurz die Erholungsphasen sind. Beispielsweise gelten Sportlerinnen, die ihre Regel haben als Verletzungsanfälliger oder die sprechen anders auf Krafttraining an. Und das alles hat nur ein einziges Ziel. Das, was man macht, sollte den bestmöglichen Effekt haben, um zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die beste Leistung abrufen zu können. Und dazu bekommt jeder Athlet sein eigenes, persönliches Training. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit der personalisierten Medizin, von der immer gesprochen wird. So, und dann hat man ihn gefunden, den möglichst optimalen Typen und wie er trainieren sollte. Auch mit perfekten genetischen Voraussetzungen, mit großartigen molekularen Strukturen, die eine besonders schnelle Muskelbewegung möglich machen. Oder jemanden, bei dem die Energiefreisetzung durch die Mitochondrien besonders effektiv ist. Mitochondrien, das sind die Kraftwerke in unseren Zellen. Damit unterscheidet sich dann dieser Mensch in klitzekleinen Details von vielen anderen. Und dann fährt dieser Sportler an den Ballermann oder in einen Bergurlaub in den Himalaya. Und dann war es das möglicherweise mit einem neuen Weltrekord, mit dem entscheidenden Unterschied. Weil das Leben die Funktionsweise unserer Gene verändert. Die Natur hat immer noch Überraschungen für uns. Das Leben verändert nochmal im Endeffekt die Geneaktivität. Wir nennen das im Prinzip epigenetische Regulation oder funktionelles Genom oder wie man das nennen will. Und da kann ein Einzelereignis, das Sie im Leben haben, Sie sind mal zwei Wochen dann in Himalaya getragen, kann im Endeffekt schon das Talent verändern. Positiv wie negativ. Nehmen wir aber mal an, so eine genetische Veränderung durch das Leben macht den Athleten noch besser. Kann ja auch sein. So wie Bloch sagt, positiv wie negativ kann der Einfluss sein. Dann steht aber einem neuen Weltrekord möglicherweise noch etwas anderes im Wege. So eine Art biologischer Schutzschalter in der Zelle. Das ist ein bisschen so wie die Sicherung im Schaltkasten zu Hause. Dieser Schutzmechanismus, erklärt Bloch, der ist extrem wichtig für unseren Körper. Damit wir einfach nicht in einen Bereich kommen, wo das Material einfach das nicht mehr aushält. Das heißt, ich kann wollen, wie ich will, aber irgendwann hört der Muskel nicht mehr auf mich. Der hört einfach auf, weil er merkt, das ist jetzt nicht mehr gut für mich. Man sagt beim Sprint, nach 40, 50 Meter können sie nicht mehr beschleunigen. Das ist hinten raus eigentlich nur noch halbende Geschwindigkeit. Das Geheimnis des Juse in Bord war übrigens, dass seine Sicherung, also sein Schutzschalter, von dem wir gerade sprechen, nicht schon bei 50, sondern erst nach 60, 70 Metern kam. Der konnte wesentlich länger beschleunigen als alle anderen. Und jetzt ist die nächste Frage, wie weit kann oder sollte man durch Training diesen Schutzschalter immer weiter verschieben? Ab wann knallt es, wie beim Riss einer Achillesferse? Ab wann wird das gefährlich? Und dann wissen wir ja alle, alle, die das Leben kennen, drehe ich an einer Schraube im Maschinenraum, dann verändere ich vielleicht den Spielraum für andere bewegliche Teile. Auch das ist Professor Bloch bewusst. Das ist eigentlich gar nicht so einfach, weil wenn Sie einen Parameter verändern, optimieren, verschlechtern Sie vielleicht den anderen. Das ist in unserem System Mensch einfach auch so angelegt. Das hat dann schon wieder was Beruhigendes, oder? Wir versuchen, ein gut funktionierendes System zu optimieren, an seine Grenzen zu bringen. Aber manchmal ist das eben nicht zielführend und kann auch in die Hose gehen. So, was ist also das Fazit? Geht es immer höher, schneller, weiter? Nee, eigentlich nicht. Das kann nicht sein, sagt Bloch. Wo genau die Grenzen für den menschlichen Körper sind, das wissen wir zwar nicht genau. Sicher werden wir immer mal wieder Rekorde sehen, die aber immer härter erarbeitet und erforscht werden müssen. Und irgendwo, in ein paar Zentimetern mehr, in ein paar Millisekunden weniger, da lauert es das Limit. Da ist dann Schluss. Feierabend finito. Wie gesagt, jedes System hat irgendwo seine Limitation und ist begrenzt. Aber bevor das soweit ist, dann haben wir Menschen garantiert wieder einen Plan. Dann mogeln wir das Limit einfach weg. Dann gibt es beispielsweise neue Regeln, veränderte Sportgeräte. Dann können sie nämlich wieder purzeln, die Rekorde. Oder die Physik eröffnet eine andere Dimension, so wie beim Chuck Norris-Witz. Chuck Norris läuft nämlich eine Sekunde über 100 Meter. Der kennt nämlich eine Abkürzung. Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.